Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play No Alistair Ever 1 für den PC. Im letzten Part haben wir Dr. Schenker befreit aus den Clown Harms. Schon wieder. Man muss sagen, wir haben jetzt 19 Uhr und ich bin erst seit 2 Stunden wach. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, ist es auch, aber... Wenn man in der Nacht dann den Fernseher anmacht und plötzlich läuft X-Faktor das Unfassbare... Ja, okay. Dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als noch ein bisschen wach zu bleiben. Hier werden künstliche Gewitter erzeugt oder was? Oh Gott. Das ist ganz schön gruselig. Aber ich gehe lieber wirklich Platte für Platte einzeln. Fuck you. Als dass mir der Doktor jetzt hier gleich noch ab... Kratzt. Leck mich. So, einmal hier bitte Blitzi, Blitzi. Dankeschön. Doktor. Dankeschön. Dankeschön. Warum sollte ich hier lang gehen? Weiß ja nicht. Wir probieren es mal aus. Okay, gut. Das hat sich jetzt echt gar nichts genommen, die Wege. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier lang hätte lang gehen sollen. Habe ich aber gemacht und das ist okay. Speichern. So. Ist noch näher bei... Ja, dankeschön. Lass mich wieder durch. Switchen zum Code-Knacker. So ein Code-Knacker-Bird. Es gibt so manche Witze, dafür schämt man sich schon wenige Millisekunden danach. Aber dann ist es halt einfach schon so gewesen. Ach, da oben ist noch einer. Leck mich. Da, Akte. Ne, das machen wir nochmal. Das machen wir mal anders. Ich glaube, ich habe da praktischere Waffen für. Hä? Oh, ne. Du suchst dir echt die unpassendsten Zeitpunkte zum Nachladen aus. Habe ich das schon mal erwähnt, Kate Archer. Ich wollte halt eigentlich keinen Blutschaden bekommen. Aber das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, wie ich hier anders vorbeikommen soll. Du hast so viele Gegner, die mich hier gleichzeitig abwallern. Bessern. Ähm, jetzt werde ich trotzdem mal kurz den Moment nutzen, mir die Waffen rauszuholen. Und ich mag das Lied übrigens auch sehr. Ich mag generell den ganzen Soundtricks. Muss man ja mal sagen. Hi. Let's go. Ähm. Ja, warte mal. Hier gibt's noch was. Lass mich gerade ein Gift munnen. Ne, Fosso. Okay. Dankeschön. Und Blut und Fosso und Allah. Wunderbar. Und sogar eine blaue Weste. Die sauch ich doch nicht. Nein, sicher. Doch, da kann ich durch. Ah, oh. Hier waren wir schon. Nur war die Tür hier wohl letztes Mal noch zu. Oder nicht da. Aber ich würde mal überhaupt eher zu, als nicht da. Äh. Okay. Kein Loot. Doktor Schenkers Fette hätte mich fast hier runtergedrückt. Scheiße. Äh. Machst du das auch? Oh, wunderbar. Haben wir die Mission geschafft? Ja. Ach Gott. Dankeschön, weil ich mag die nicht so sehr. Sinn von 17 Gegenständen. Okay. 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 Ich dachte, wir hätten jetzt alle Advanced Field Tactics durch. Das sehen wir auch nicht zum ersten Mal. 1300. Nein, ich glaube nicht. Well, case closed. Arrest her immediately. Scoff, all you please. The source of this blast was a banker by the name of Lester Cheems. Casualties are estimated at over 1,300 innocent people. Their blood is on the hands of the agency responsible for kidnapping Dr. Otto Schenker from us. Until he is returned to the facility from which he was abducted, we shall continue to mete out similar punishments every 48 hours. That is all. Those figures are correct, by the way. 1,300 people. I suppose we can assume harm is capable of delivering on its threats. Indeed, which means we have exactly two days to complete our objectives. Can we have records and research, find out if this Lester Cheems ever knew Felicity Farnsworth? I suppose, although I can't see that it will prove anything. You never know. Well, I, for one, am reticent to implicate a respected public figure on the basis of mere coincidence. You call it coincidence. I call it circumstantial evidence. Knowing the victim of a crime hardly qualifies as circumstantial evidence. That depends on the victim, the crime, and the circumstances, doesn't it? Enough of this bickering. Send in Dr. Schenker, if you please. Ah, here you are. Thank you for joining us, Doctor. I hope your accommodations are adequate. Exceptional, thank you. Hello again, Miss Archer. Hello, Doctor. I'm sorry there wasn't time to brief you sooner, but I imagine you've already heard about this morning's disaster. I have. Then I'm sure you can understand the need for alacrity in devising a plan of action. Harm has promised another attack within the next 48 hours, unless we hand you over, which imposes a rather daunting deadline. How can I help? We need to know who Harm has infected with the reagent. And we need the antidote. Unfortunately, I cannot help you with the first problem. I was never told how the reagent was being used, or on whom. I'm afraid it would not make much difference, even if I had. I'm terrible with names, you see. What about the antidote? Ah, yes, that is also a problem. You see, the antidote is highly unstable, and can therefore only be produced in a zero-gravity environment. You mean outer space? Quite so. So, in other words, Harm was lying about having the antidote. Not true. They do have it. So they stole it? They developed it. But how is that possible? Harm has its own space program. That's preposterous. Not necessarily. A few weeks ago, the U.S. branch reported an unscheduled rocket launch from a small tropical island off the coast of Mandaru. Are you sure it wasn't the Soviets? It's certainly possible. Although we have plenty of spies in the Soviet Union, and none could confirm a launch. This is starting to sound like circumstantial evidence, Mr. Smith. Agreed. But it's the only lead we have. If it is harm, I certainly can't explain where the funding and materials are coming from. Maybe the Soviets are involved. At the moment, all that matters is that we get our hands on that antidote. Very well. Archer, your job will be to locate and infiltrate the launch facility and recover a sufficient quantity of the antidote for our purposes. Assuming this is even the right place. Yes. Understood. We'll give you a radio frequency to use in case you need to contact us. Your codename will be Foxhunt. Ours is Foxhound. Did Bruno tell you that story? Yes, he did. What story? When Archer was a girl, her father took her on a foxhunt. The fox got away. Fascinating, but I fail to see the relevance. In her other occupation, Archer was known as the Fox. As Bruno told it, you were so impressed with the fox's escape from such a dire predicament, you adopted it as a personal symbol. Is that right? Something like that. That sort of resourcefulness would certainly serve us well right about now. What an amusing anecdote. Shall we take turns telling stories? Or shall we get back to the mission at hand? When do I leave? As soon as possible. Let's just hope I find myself in harm's way, if you take my meaning. If we're wrong about this, there will be hell to pay. Good luck, Archer. We're counting on you. Ah yeah, toch ich ja na mich hier an. Ähm, auch so eine kleine Sache. Ich muss mich mal ganz kurz um den Kader kümmern, sofort. Ich will nur kurz noch eine Sache fertig erzählen. Ähm, kleine interessante Geschichte. Wie gesagt, ich ziehe hier und da viele Vergleiche mal zu James Bond Nightfire, was zwei Jahre später erschienen ist. Ich erinnere mich da, glaube ich, irgendwie so ganz grau an eine Mission auf einer tropischen Insel, wo man dann eine Rakete, äh, gefunden hat und mit der doch in ein Weltall geflogen. In das Weltall geflogen hat. Hmm. Gut, dann erstmal danke dafür. Äh, mein Detektor. Naja. Ähm, kurze Sache noch. äh, auch jetzt kommt nochmal ein Levelkomplex, den ich ehrlich gesagt nicht so sehr mag. Äh, ich dachte allerdings, das wäre der mit dem Zug gerade, weil an den mit dem Zug und das alles, an den konnte ich mich jetzt wirklich gar nicht mehr erinnern. Also das war gerade wie, als hätten sie die Mission hinterher reingepatcht, und ich wüsste nichts davon, was aber nicht der Fall ist. Ähm, ja, das ist jetzt eigentlich der Levelkomplex, den ich meine, den ich nicht so sehr mag. Und alle, an alle, die Angst haben, dass das Spiel noch ewig lang ist, ähm, nur mal kurz an die, die es wissen wollen, die müssen dann mal zuhören. Die nächsten, sobald ich, sobald ich das nächste Mal schnipse, dann einfach mal kurz 15 Sekunden weghören, für die, die es noch nicht wissen wollen. Äh, ich werde gleich einmal kurz sagen, ähm, wie viele Levelkomplexe aus meiner Erinnerung, ähm, noch kommen. Oder Level und Levelkomplexe. Ähm, wobei ich mich allerdings irren kann, weil ich nicht mehr alles perfekt in Erinnerung habe. So. Also ich schnipsele jetzt gleich, dann mal kurz 15 Sekunden weghören. Ich muss nur auf meinem Timer noch auf eine gute Zeit achten, dass ich das jetzt hinkriege. So. Also wenn mich nicht alles täuscht, kommen noch insgesamt drei Levelkomplexe, und einmal noch ein etwas, ähm, also nur, also ein Levelkomplex, sag ich mal, der nur aus einem Level besteht, sozusagen. Gut, damit sind die 15 Sekunden rum. Dann gehen wir jetzt einmal hier durch, ohne eine Mieter auszulösen. so watch your step. Excellent. Excellent. Wie soll ich hier wieder rauskommen, wenn die Brille weg ist? Ah. So. Die Zahl, die ich übrigens gerade genannt habe, bei dem, oh, jetzt habe ich meinen Timer resetet. Da bin ich schlau. Ich glaube, ich war bei 13, 14 Minuten. Ähm, war übrigens inklusive dieses Levelkomplexes, der jetzt kommt, ja. So. Mit dem Hauptlift zur Oberfläche, verborgener Raketen, Abschussrampe finden, Einrichtung infiltrieren, geh an Bord des Raumschiffes, bevor es startet. Okay. Ausrüstung wählen. Äh. Okay. Hauptbude muss ich mitnehmen. Gordon, Granatwerfer und die Geld, Geldmacher SVD, das ist das, was ich vorhin meinte. Ist aber interessant. Das ist eine Menge Kram und gar keine Schallgedämpfte Pistole oder sowas dabei. Ich packe die Gordon weg. Ich nehme die mit. Und ich glaube, für die Geldmacher SVD, die ist so an sich die bessere Sniper, definitiv, weil sie viel schneller schießt. Aber ich glaube, für die gibt es keinen Schalldämpfer, wenn ich mich nicht täusche, oder? Das überprüfe ich nochmal eben. Ähm, wir haben einen Guttelstall, ähm, Codeknacker, Haarsprange, ach so im Moment, das ist ja auch noch gar nicht die, kratzt mein Kater jetzt wirklich schon wieder an der Tür. Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ähm, genau. Für die haben wir nämlich keinen Schalldämpfer und deswegen packe ich die mal wieder weg. Oder probieren wir die aus? Ach, scheiß drauf, wir probieren die. Nein, wir probieren die nicht aus. So. Ich nehme jetzt meine, meinen Hemden, Karabiner wieder mit. Dankeschön. Oh, was hier muss ich jetzt? Das ist natürlich doof, weil die Filzpantoffeln hier reduziert Bewegungsgeräusche um die Hälfte. Äh, ja, fuck you dafür. Gute Mission starten. Ach, hier sind wir. So startet das, okay. Muss ich nochmal ganz kurz anmerken. Ähm, es gibt ja dieses eine Problem, ähm, also ich sage nicht, dass mein Kater ein Problem ist, ja. Sehr wunderbares Haustier. Habe ich auch wirklich sehr gern. Ähm, aber zum Aufnehmen ist manchmal, ich sage mal, in Anführungsstrichen, etwas unpraktisch. Weil, ich habe halt nicht sehr häufig in der Woche, also eigentlich, eigentlich bin ich nur einmal die Woche, wirklich über längere Zeit alleine zu Hause. Und ich kann halt, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Wenn ihr selbst aufnehmt, wenn ihr selbst Let's Playt oder so, dann kennt ihr das sicherlich, äh, ups, wenn niemand im Haus ist oder so, der euch stört. Ja, wenn ihr vor euch seid. Oder eben halt in der eigenen Wohnung lebt oder so, ist ja das Gleiche. Dann könnt ihr auch, könnt ihr auch mal notfalls, was weiß ich, wenn ihr ausrastet oder so, auch mal rumschreien oder so. Oder eben einfach generell ein bisschen aus euch rauskommen. Ähm, besonders wenn es Abend ist, äh, Nacht oder vielleicht noch alle anderen im Haus schlafen. Ähm, und da ist es nun mal so, da muss ich meine Tür zu haben und bin ohnehin schon so ein bisschen eigentlich nur, nicht unbedingt mit halber Motivation in den Aufnahmen, aber es wirkt manchmal so, weil ich muss mein, mein Enthusiasmus und alles halt ein bisschen runterschrauben, damit ich hier nicht, also für mich würde es als Elternteil oder so oder als Geschwister oder Mitbewohner oder was weiß ich, auch ein bisschen komisch vorkommen, wenn da jemand in meinem Haus, äh, mein Computer die ganze Zeit anschreit und die ganze Zeit voll labert. ähm, von daher, ja, drücke ich das zwar immer so ein bisschen runter, ähm, nur das Ding ist, aktuell reicht mir halt einen Aufnahmetag die Woche nicht, ähm, deswegen muss ich halt sogar die meisten Aufnahmen mache ich momentan, ähm, wenn jemand anderes im Haus ist. Ich glaube, in dem ganzen Projekt hier habe ich noch nicht einen einzigen Part aufgenommen, während ich allein zu Hause war. Wobei ich sagen muss, äh, dass die Let's Plays dann immer noch so ein bisschen mehr Qualität haben, muss man sagen. Ähm, der, der Kommentarstil halt. Weil ich bin halt, manche Leute, zum Beispiel der Dave, wenn du das hier immer noch schaust, von dir weiß ich ja, du magst es bei Let's Plays eher, wenn man, wenn man ganz ruhig ist, schön in einer angenehmen Erzählstimme redet, sozusagen. Aber ich finde es halt auch immer ganz schön und auch ganz lustig, wenn man dann halt mal, ja, eben auch mal ein kleines bisschen lauter wird. Muss ja nicht konstant sein, ne. Äh, so, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, das Ding ist, wenn ich also, wie es momentan mit so 75% aller meiner Aufnahmen der Fall ist, aufnehme, während meine Tür geschlossen ist, dann ist da so, dieser Krater. Ich hab ihn wirklich gern und ich kümmere mich auch viel um ihn, mach auch viel mit ihm. Aber in den Aufnahmen hat er halt so, er tendiert dann mal dazu, wenn er in meinem Zimmer ist, plötzlich, genau sobald ich die Aufnahmetaste gedrückt hab, zur Tür zu gehen und ihm fällt einer, er muss aufs Klo oder muss fressen. So, dann geh ich mit ihm raus, geh fressen, dann mach ich die Tür wieder zu, er ist dann, keine Ahnung, auf dem Klo oder liegt auf dem Kratzbaum oder so. Eine Minute später will er dann aber doch wieder ins Zimmer. Dann lasse ich ihn rein, will gerade die Aufnahmetaste drücken zum Weitermachen, da sehe ich schon wieder, wie er wieder vor der Tür steht und draußen. Und das ist immer so ein Problem. Weshalb er dann manchmal auch so eine Münze oder so durch die Gegend fliegt, ist nicht so, dass ich ihn abwerfe oder so, aber ich werfe halt manchmal so eine Münze oder einen Stift oder irgendwas oder eine leere Tablettenpackung oder was weiß ich mal auf dem Teppich oder auf dem Boden in der Hoffnung, dass ihn das interessiert und er dann herkommt und damit spielt. Ja, gut. Und deswegen sollte ich mir eigentlich echt angewöhnen, wieder mehr aufzunehmen, wenn ich allein zu Hause bin. Aber das Problem ist, diesen einen Tag, den ich allein zu Hause bin, den nutze ich momentan immer anders. Ihr braucht da jetzt gar nichts reininterpretieren. Und deswegen nehme ich halt meistens auf, wenn jemand da ist und das führt dann eben gerne mal zu solchen Problemen und zu ständigen Unterbrechungen. Und manchmal bin ich dann auch ein bisschen genervt und habe dann keine Lust mehr aufzunehmen, weil ich die ganze Zeit unterbrochen werde. Entweder durch meinen Kater oder auch durch meine Eltern oder Geschwister oder sonst wen. Oder, ach, keine Ahnung. Ist manchmal ein bisschen anstrengend. Das wollte ich mal eben loswerden. Und damit beende ich dann jetzt auch erstmal den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in einem Level, was ich nicht mag. Tschüss.